Ein neuer Tag, ein neues Glück, herzlich willkommen liebe Soldaten zu einer neuen Folge Sniper! Eine neue Liebe ist wie... Ein neues Leben! Die haben keine Ahnung wo wir sind, ne? Es hat sich so ein bisschen beruhigt und wir können jetzt noch einmal hier abduften. Ja, wir haben jetzt ein neues Ziel. Ja, wir müssen Kapo töten. Aber wir haben da unten noch die Dokumente, ne? Ja, wir haben noch Nebenmissionen. Wollen wir die machen oder wollen wir zur Kapo gehen? Wir können ja erstmal die linken Dokumente machen, oder? Ich hab die markiert. Ja, ja, markier die mal. Aber auf wen ballern die denn da, sind die? Ich weiß es nicht, man. Ich finde die sehr agant. Das ging in die Hose. Das ging in die Hose. Hey, das kann gar nicht sein, ich... Okay, scheiß drauf. Krieg im Besuch. Alle weg töten, man. Ich geh mir auch noch auf den Sack hier. Der ist einfach unsichtbar geworden, weil der Angst hatte. Der ist vor Angst unsichtbar geworden. Der ist vor Angst unsichtbar geworden. Jetzt haben wir es aber. Jetzt müssen wir die Ecke weg. Jetzt müssen wir mal weglaufen, ja. Ah, das sind die Partisanen, die hier gerade reinkommen, oder was? Ja, das sind die Gute. Wir erobern uns das Gebiet zurück, Freunde. Okay. So, da oben ist einer einen Berg hochgelaufen. Ja. Da hinten. Der kommt runter, der kommt runter. Ja. Ich bin auch im Sack, alter. Ganz ehrlich. Ja, jetzt aber. Jetzt mal hier ein bisschen... Okay, wir werden nicht mehr gesucht. Also es ist nur noch gelb, aber es ist gerade nicht mehr so. Gelb ist gut. Können wir die Mission mal richtig angehen, jetzt wieder hier. Das haben wir irgendwie jeden Fall. Und in einer Art ist es voll aus. Ja, es sind aber auch viele. Oh, links ist ein Panzer. Lass einmal den vorbeischleichen. Der fährt eh da runter, den brauchen wir gar nicht. Ja, okay, okay. Komm, komm, komm. Venite Documents. Cool, ihr langpferd voll süß. Pass auf, hier vorne. Oh, vorne, ja. Und den Scan. Alles klar, okay. Das ist doch schon mal nice. Da sitzt er. Ja, wenn wir den verpassen. Oder auch nicht. Oder auch doch. Warte, warte, warte. Oh, steht gleich weg. Tausend leute. 5.000 Leute. Wir müssen einen anderen Weg suchen. Wir können nicht direkt da hoch die Straße hoch. Du kriegst Besuch, Curry? Nein, bei mir. Die suchen wir. Du kannst ihn von oben holen. Pass auf. Ja, ja. Wir nähern uns jetzt dem Anwesen hier. Boah. Hat dir da jemand in die Eier geschossen? Und die Nieren sind auch noch weg. Das gibt's doch nicht, ey. Aber die sehen auch die Leichen immer auf 12.000 Kilometer, ne? Ja. Hä? Was ist das denn gewesen? Hä? Okay. Was ist passiert? Dein Dieter Curry ist unterwegs. Aber was ist passiert? Keine Ahnung. Die haben, glaub ich, auf irgendwelche Fässer geschossen. What the fuck? Warum sind da 12.000 Leute dahin? Was machst du denn da jetzt? Ey, ich mach gar nichts. Ich hol dich. Ihr krieg uns nicht, ey, Mixer. Ich kenne euch alle. Alter, ey. Geh da einfach hoch. Guck dich nicht um, ne? Überall ist auch ein Laufwop, Alter. Okay, geh zurück. Zurück, Mann. Zurück. Wenn du jetzt nochmal hinlegst, dann komm ich nicht mehr, ey. Okay, tut mir leid. Okay, lass auf die Scheißen da oben. Wir gehen einfach weg nach Hause. Okay. Guck wie sie da aufgereiht sind, die Spasten, ey. Die stehen oben alle. Wir müssen hier in das Haus. Ja. Von hinten rein. Guck mal hier. Boah, ich dachte grad, da liegt ne Falle, ey. Ich bin schon Rainbow-Steel wieder hier. Mann, 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 ey. Ah, der untersucht hat mal kurz. Bin schon am abgucken. Ah, mal rumchecken hier. Find' aber nix. Ah, hier geht's noch weiter runter, lol. Was ist das denn? Ich bin in so'n Keller jetzt grade hier. Ach du Scheiße. Wo bin ich hier? Dagegner oder so? Was ist das denn hier, Mann? Warte, ich komm auch. Oh, nein. Hä? Witz! Sag' mal! Hä? Wann hast du gemacht? Wie der Pfeil auf einmal ganz schnell dran kommt. Nicht runterspringen! Mann, nicht! Nein! Nein! Oh Gott. Alter, ich wollte einfach nur runterklettern. Ja, das ist mir auch passiert. Ich hab' vor, ich wär' jetzt einfach gestorben. Geil, Mann. Oh, Leute, ey. Da ist es. Okay, wir haben's. Was ist denn mit ihm hier? Warte mal, was ist denn hier? Was ist denn mit ihm? Ich guck' auf Feuer, so drauf. Wir sind die Special Elite, Anna. Ey, ich bin in dieser Folge-Session, glaub' ich, schon achtmal gestorben. Oder so. Oh Mann, ich bin so schlecht, ey. Ne, du bist nicht gestorben, du bist verblutet. Ja, siehst du. Also. Todschrank-Argument. Warte. Wir müssen, wir können gegen die ganzen... Ich kann nicht mal heilen, Alter. Wir können gegen die ganzen da nicht mithalten. Das ist das Problem. Ja, das, äh... Das ist ein guter Einwand. Wir müssen das also anders aufziehen. Ich würde sagen, wir brechen die Mission jetzt hier ab und sagen das so auch. Ja, ne? Das Ding ist, ich kann nicht mehr heilen, Alter. Das ist doch scheiße, Mann. Warum? Weil ich kein Dings mehr hab. Ah, ich auch nicht. Wir müssen da jetzt irgendwie reinkommen, ohne, ohne dass sie es bemerken. Scheiß, Mann. Holy shit, warum? Okay, wir haben hier vorne zwei Ziele. Da vorne sind zwei Ziele. Und wir haben aber noch einen abüberprüfen, ne? Noch einen? Wo? Ich glaub, das ist nicht 344 Meter da runter, Alter. Das können wir zum Schluss machen. Okay, lass uns erstmal auf... Okay, es beruhigt sich, es beruhigt sich. Wirst du das abüberprüfen, echt? Ich stehe hinter dem Gebäude. Müssen wir dann nachher nochmal runter? Äh, ich weiß es nicht, aber lass uns doch die Mission komplett abschließen, haben wir doch immer so gemacht. Ja, fast. Wo ist der? Mit der Brücke? Da haben wir es nicht, weil ich glaub der ist sein. Da ist sie nicht sehen. Wir beruhigen uns jetzt mal alle wieder. Wie immer. Gibt's doch nicht. Einer kommt jetzt da runter gerannt irgendwie von der Treppe. Da ist einer an der Wand. Ich muss ihn jetzt erschießen, Mann. Ja, oder so. What the fuck, Alter, wie der weggeflogen ist. Mit den dritten lebt es sich besser, ey. So. Okay. Jetzt haben wir die Möglichkeit hoch zu gehen, aber es muss auch eine andere Möglichkeit geben, als durch das Tor... Okay. Nicht mal zurück. Hä? Aber die wissen nicht. Hör auf, hör auf, alles gut, alles gut. Die suchen nur noch, die suchen. Okay. Wir müssen aber die Brigade da wegballern, Alter. Ich guck mal, ich guck mal. Ja, wir müssen da durch. Müssen die nach und noch ausschauen. Wir hätten auch von der anderen Seite kommen können, aber da können wir jetzt natürlich nicht mehr hin. Okay. Ich geh, ich mach, ich geh ein bisschen näher. Oh, da kommt eine Treppe runter. Ich geh doch nicht näher. Ach du Scheiße, ist jetzt los, Alter. Okay, lass sie kommen, lass sie kommen. Bleib versteckt. Ich schieße einen jetzt, Mann. Nein, nicht. Ich erschieße sie jetzt an. Nein, Gott. Ich kann mich nicht zurückhalten. Die kommen alle, die Nazis. Ach, sind ja keine Nazis. Ach, sind ja keine Nazis. Ja, sind nur Deutsche. Ach so, hast du auch den Kommentar gelesen, ne? Ja. 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 Wir müssen die nach und nach jetzt ausschalten. Mann, ey. Okay, der ist down. Ihr Dreckswixer, Mann. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. Aua. Aber der kann nicht mehr kackeln, du. Die kacke einfach überall rausgelaufen. Okay, nice, 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 nice. Wir machen uns den Weg frei. Jetzt reizt hier, Mann. Oben noch, guck mal oben. Nee, nee, das kann nichts mehr. Nice, Alter, nice. Okay, rein da in die Hütte. Oh, die kommen, die kommen, die kommen. Pass auf. Okay, der haut ab. Komm, komm, komm. Der Position ist aufgeflogen. Was ist das auch für eine übertriebene Treppe, Alter? Guck mal, der zieht jetzt, pass auf jetzt. Na, hau ab. Ist besser für dich. Hinter uns kommt auch einer, ne? Egal. Alter, du Dreckswixer. Ich glaube, der hackt hier. So, den haben wir auch. Wir sind drin. Ja, wir sind drin. Ach du Scheiße. Ich will wieder raus. Vielleicht hab ich keine Munizierung mehr. Was war das denn da am MG, Mann? Was soll die kacke? Was für Italia? Ich dachte, ihr seid Deutsche. Kacke. Warte mal. Mach mal ein bisschen Spaß mit denen. Boah. 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 Oh, wow. Wo ist der? Boah, alter. Boah. 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 Was ist der eigentlich, wer der ist, Mann? Warte ich bin im Knast. Ok. Wo bist du, alter? Wo rennt der denn hin? Ich bin im Gefängnis, man. Okay, dann kannst du schön bleiben. Danke Correa. Es ist traurig, dass du das so siehst. Einige Sniperkollegen. Und du willst mich in den Knast stecken? Sniperkollegen, der stirbt 20.000 Mal, Alter. Äh ja. Jaaa. Es war wahr, aber egal. ok man ein bisschen gucken was wir jetzt noch ein bisschen ruhiger bist du bist du da hoch gekommen weil er natürlich ein knast ich gehe links ob er denn jetzt noch zu pfeifen du arschloch gerade laufe durch das kloster ein nach den anderen was war ein riesengelände hier als mehr fett alter das hat man auf den schießt oder augenschuss der gut ist wieder auf jeden fall alter wie kann er mich gesehen haben ich habe nichts gemacht kommen wir packen das mit sechs schmerzen da können wir noch unterkommen kein bock mehr auf dich ich bin mir die pfeifen heinis ich gehe mal eine runde baden jetzt ne vor wie bei es ist es grült hier gerade echt so wie sieht er mich wie nein alarm wer hat der nächsten ja da der 50 da die hütte weg wo bin ich denn jetzt weil er als ob der jetzt weitermachen könnte ich habe den rocke aufgeschossen alter da ist die rache freunde so sieht die aus ich stehe über mir drüber wie kann er mich sehen kann er durch dachgucken oder was ich habe die saue getötet in seinen großen kranz biro kapo wichser kapo ist tot oder was wo wir das in den jahr aussehen da muss man hier reinkommen und noch mal in die eier geschossen nice ok einer noch kommt drecksau ich hole jetzt ich leute oh du bist so ein wichser der rennt das auch voll so und dann oh ok ich sterben alter warte mal ne egal du wolltest mich wegschwingen du hast gesagt ne nein wir müssen doch das dokument finden komm wie einfach da so eine granate auf die dinge fliegt weißt du ey wo eine äh die lag da gerade einfach so auf der mauer eine granate ok hier müssen Dokumente sein wo ist die drecksau man wär da da liegen da liegen da 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 Maieren ah scheiße aber das wars nicht warte wir müssen irgendwo ich bring die Brude auf alter bo ach alter ah leck mich doch am Arsch alter ich gucke erst mal ich gucke erst mal was entnez ne will willst du mich verarschen ha 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 гurai ich schieße es auf mich willst du willst nicht verarschen ach okay noch 1 n'Dokument warte mal was sind wir uns noch hier umsuchen erlaubt auch warte mal was hast du vor gesagt sagt er so weiß ich guck mal hier alter guck mal hier was ist denn das wo sind denn die ganzen mönche hier haben die alle getötet man jetzt müssen wir dann noch unter zum punkt oder was ja müsste so 390 meter das erfüllen und dann haben wir die müssen müssen wir gar nicht können auch einfach das gebiet verlassen ja aber drei von vier wir haben verlassen das gebiet abgeht man das jetzt schon richtig warte mal ich bin vor ich bin halb tot alles jetzt auch niemand mehr auf geht erst mal die zeit weil was das für klos damit zu gefängnissen war es echt so soll nicht scheiß können ich hier und das bleibt einfach bis dahinten warte mal das geht das geht bestimmt und du siehst davon ja aus man muss erst mit dem fernklass gucken warte aber ist keiner doch warte mal da ist doch gar keiner wo denn holi shit man alter wie weit ist das denn 200 meter einfach ja alles klar dennis wenn ich das e ring nochmal eigentlich mit kuh oder nicht oder e oder f war das doch alter herzfrequenz ist zu hoch aber es bleibt jetzt ein bisschen ja richtiger sniper jungen lauf doch nicht waren junge bin sniper alter läuft einfach dreck sagt jetzt mal ein paar leute wegsleiten denn der läuft aber weg man hat doch scheiße ihr könnt ihr so unverschämt sein ich hatte mal dass man herzlich entspannt ich bin so aufgeregt gerade als soldat gewert das so nicht machen wir regen uns mal kurz ab und dann schneiden wir die weg ja okay man das ist ein guter plan wenn man ja auch mal ein bisschen spaß haben hier im leben ist hier noch jemand die tippe denn da feitschuss 302 meter mann warum hat man da ist nicht eine x-ray cam gesehen sieht man über headshot kann das nee es gibt es noch nicht 319 meter jahre sondern mehr sondern ganz ehrlich du dürfte es gar nicht mehr mitspielen warum man schon 20 mal gestorben ist alter nur verblutet er hat sich ich habe jetzt alle tod oder wo seid ihr mann er wechsel hat das ist nämlich einen guten balle saradza mother fucker das so dreckiger mother fucker ich glaube ich gucke mir gleich noch mal das kontaktion das war geil manne hast ja nicht mitgemacht damit ich stehe darauf immer so frauenkleider anzuziehen jetzt auf jeden fall ein richtiger helde bist du für den typen töten man oder fettem panzer hier gehe ich lieber nicht hin sonst ist da die mission zu ende der rennt einfach neben vorbei auf zu pfeifen mann bis sie am pfeifen du pfeifen heinrich sagt bin jetzt satt hier ok der panzer der b3 der panzer der panzer der panzer hat die mission wenn du jetzt gestorben werden wir alles wieder von neu machen müssen man warum ist aber nichts das ist jetzt der dank mission ist aber dann ist der dank jetzt weißt du aber mit dem mit dem die nächsten zwei mission die nächsten zwei mission sind nach missions da freut mich auch geil haben wir küssen standort magazino und ab geht's heute das seht ihr dann in der nächsten folge die ist ein oh